Den Urlaub in Griechenland haben sich viele wohl anders vorgestellt. In Teilen des Landes sind nach langer Trockenheit Großbrände ausgebrochen. Auf der Insel Korfu begann in der vergangenen Nacht die Evakuierung. Rund 1000 Einwohner und Urlauber mussten ihre Häuser und Hotels im Ferienort Nisaki verlassen. Auch auf der Insel Euboea und der Halbinsel Peloponnes wurden Großbrände gemeldet. Besonders schlimm ist die Lage auf Rhodos. Seit Tagen sind dort mehrere Feuer außer Kontrolle. Am Wochenende wurden bei der bisher größten Evakuierungsaktion Griechenlands rund 20.000 Menschen aus dem Südosten in Sicherheit gebracht. Ein Urlaubsparadies wurde für Tausende zum Albtraum. Ganze Hotelanlagen und Häuser sind verwüstet. 19.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Laut Feuerwehr die größte Evakuierungsaktion, die es jemals in Griechenland gab. Die Nacht verbrachten viele im Freien in Turnhallen oder Schulen notdürftig von Einsatzkräften und Privatleuten mit Matratzen ausgestattet. Der Schock sitzt noch tief. Es war eine wirklich schwierige Situation, aber ich weiß, dass es viele Leute hier noch härter erwischt hat. Die wurden sehr spät evakuiert und konnten nur noch wenig mitnehmen. Es war grauenvoll, ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst. Dieses Pärchen aus Bayern hat die Nacht auf dem Fußboden einer Schule verbracht. Als das Feuer plötzlich die Strände erreichte, waren sie in dem Badeort Kiotari. Die Menschen flohen, egal wohin, viele Richtung Wasser zu den Booten. Es sei sehr chaotisch gewesen. Wir haben dann auch geschaut, dass die ganzen Kinder zuerst vorn rankommen. Und diese Szenen teilweise, das habe ich noch nie gesehen. Wie lange sie hier noch bleiben müssen, wissen sie nicht. Mittlerweile sind Strom, Wasser, alles ausgefallen. Der Touristikkonzern TUI bringt vorerst keine Urlauber mehr nach Rodos, konzentriert sich auf die Rückflüge. Viele mussten ihre Pässe in den Hotels zurücklassen. Für sie richtet die Regierung am Flughafen einen Notfallschalter ein. Wir sind in Kontakt mit den Gästen, wir sind auch in Kontakt mit den Evakuierungszentren, auch mit der jeweiligen Regierung vor Ort und versuchen natürlich jedem, so schnell es geht, eine Möglichkeit auch zu geben aus dem Gebiet hinaus. Mehr als 80 Waldbrände toben noch immer auf der Ferieninsel und weitere Ortschaften sind bedroht. Die Einsatzkräfte kämpfen ununterbrochen gegen die Flammen an. Aus zahlreichen Ländern kommt Hilfe. Die Unterstützung durch internationale Missionen ist wichtig. 31 slowakische Feuerwehrleute mit vier Wasserfahrzeugen, zwei französische, zwei türkische und ein kroatisches Flugzeug sind unter dem Kommando der Feuerwehr im Einsatz. Die extremen Wetterbedingungen sollen die nächsten Tage noch anhalten. Es sei höchste Vorsicht geboten, sagt der Feuerwehrsprecher. Selbst kleinste Brände könnten sich zu einer neuerlichen Katastrophe entwickeln. Und Andreas Herz ist für uns in Athen. Wir haben also gerade gesehen, auf Rhodos ist die Lage immer noch sehr kritisch. Wie kommen denn die Löscharbeiten voran? Also leider noch keine guten Nachrichten. Die Waldbrände auf Rhodos sind nach wie vor außer Kontrolle. Es geht jetzt vor allem um das Zentrum der Insel. Dort haben die ganze Nacht über auch die Feuerwehren weiter versucht, die Waldbrände irgendwie einzudämmen, dass nicht weitere Ortschaften dort bedroht werden. Und wirklich im allerersten Morgengrauen sind auch sofort wieder die Löschflugzeuge, die Löschhubschraube aufgestiegen, um dort Brände im Zentrum der Insel zu bekämpfen. Tausende Touristen sind gerade auf der Insel, viele von Ihnen Deutsche. Sehr viele mussten auch ihre Hotels und Unterkünfte verlassen, teilweise sogar ohne ihre Papiere. Wie ist denn die Situation der Touristen aktuell? Also seit den Morgenstunden hat so eine Art Luftbrücke begonnen, wo einfach versucht wird, Touristen von der Insel aus zu fliegen. Vor allem der Touristikkonzern TUI ist da sehr aktiv. Rund 3000 Touristinnen und Touristen, so ist der Plan, könnten heute die Insel verlassen. Zugleich muss man aber auch sagen, dass auch noch gestern Linienflüge, Charterflüge angekommen sind, die wieder auch neue Touristen nach Rhodos gebracht haben. Jedenfalls ist es so, dass auch eine zweite Nacht in Folge Tausende in diesen Notunterkünften ausharren mussten, also in Schulen, in Kongresszentren, in Sporthallen. Die Behörden rufen auch nach wie vor zu spenden auf. Vor allem Matratzen werden eben gebraucht, damit die Menschen irgendwo schlafen können. Und dann stellt sich jetzt eben nach wie vor die Frage, was ist mit den Sachen, die die Touristen ja zum Teil alle zurückgelassen haben in den Hotels. Viele haben ja wirklich Hals über Kopf den Ort verlassen, wo sie waren. Bei den Reisepapieren ist es ja so, dass dieser Checkpoint am Flughafen da ist, wo man recht unbürokratisch auch wieder Reisedokumente bekommt. Bleiben die ganzen Koffer in den Hotels. Und da steht jetzt der Vorschlag im Raum, dass zum Beispiel das Personal der Hotels wieder zurückkehren könnte, um dann die Koffer den deutschen Touristinnen und Touristen und natürlich auch denen aus anderen Ländern einfach ihre Sachen zurück nachzuschicken nach Hause. Da hat aber die Feuerwehr und die Polizei eindeutig den Hut auf. Und solange die nicht sagen, okay, es ist wieder sicher genug, dass auch das Hotelpersonal wieder zurückkehren kann, solange wird auch da erstmal nichts passieren, denke ich. Es sind ja nicht nur Urlauber betroffen, sondern eben auch viele Einwohner von Rodos. Wie gehen die mit den Bränden um? Also gute und schlechte Nachrichten, würde ich sagen. Also die Gute ist, dass viele sehr schnell unterkommen konnten bei Verwandten, bei Bekannten, bei Leuten in anderen Ortschaften. Da wurde ihnen natürlich sehr schnell geholfen, weil da die Netze natürlich enger sind als bei den Touristen. Aber die schlechte Nachricht ist, die deutschen Touristinnen und Touristen können jetzt in ihre Wohnungen in München, Berlin oder Hamburg zurückkehren. Aber die Menschen auf Rodos, die müssen eben schauen, was hat das Feuer von ihren Ortschaften übrig gelassen? Wie sieht es aus, wenn sie wieder nach Hause kommen? Und wir waren eben am Fährhafen hier in Piraeus vor Athen und haben auch mit Einheimischen, mit Griechinnen und Griechen gesprochen, die zurückkommen auch aus Rodos, wo sie gearbeitet haben zum Beispiel. Und die haben gesagt, ja, die Regierung ist da jetzt gefragt. Also es muss natürlich Hilfe geben und die Ortschaften und die Häuser müssen quasi wieder aufgebaut werden und da muss es einfach Hilfe geben. Ist denn schon irgendwas über das Ausmaß der Schäden bekannt? Da haben wir derzeit keine verlässlichen Informationen dazu. Wo es ein paar Auskünfte gibt, ist zum Grund, warum dieses Feuer ausgebrochen ist. Also da heißt es, dass es in einer Mülldeponie, in einer alten Mülldeponie im Zentrum des Landes dieses Feuer eben ausgebrochen sein soll. Es hätte dann einen Löschversuch gegeben, aber der ist ganz offensichtlich fehlgeschlagen. Und dann hätte sich dieses Feuer rasend ausgebreitet. Es gibt inzwischen auch eine offizielle Untersuchung, zumindest wurde die angekündigt, wo untersucht werden soll, genau wie dieser fatale Brand überhaupt zustande kam. Und es scheint sich ja weiter auszubreiten. Nicht nur auf Rodos brennt es, auch in anderen Teilen des Landes sind ja Feuer ausgebrochen. Richtig, ein wichtiger und guter Punkt, weil natürlich ist der Fokus auf Rodos, aber man muss den Blick auch weiten, weil ganz Griechenland ist, sage ich mal, eine gefährdete Zone. Wir haben auf der Halbinsel Peloponnese sehr, sehr große Brände. Und es gibt auch auf Korfu, einer weiteren sehr beliebten Ferieninsel, auch dort sind Brände außer Kontrolle geraten. 17 Ortschaften mussten dort evakuiert werden. Es gab auch dort Rettungsaktionen, wo wirklich Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht werden mussten, wo auch die Küstenwache aktiv war, wo private Schiffe Menschen abgeholt haben. Aktuell ist es so, dass die Feuersbrunst auf Korfu vor allem im Waldgebiet ist. Das heißt, es sind zwar Ortschaften bedroht, aber das Feuer wütet vor allem im Wald, weshalb jetzt gerade aktuell jetzt auch keine große Gefahr für Menschen dort besteht. Ist denn irgendwie absehbar oder gibt es eine gewisse Zuversicht, dass die Feuerwehr die Situation in den kommenden Tagen unter Kontrolle bringen könnte? Also diese Zuversicht nach allem, was ich so auch raushöre, auch zwischen den Zeilen, die hält sich, glaube ich, arg in Grenzen. Es ist einfach so, man hört es oder sieht es auch vielleicht, hier in Athen war es gestern noch recht windstill auf der Terrasse. Jetzt zieht auch hier der Wind durch. Auf Rhodos haben die Winde auch weiter zugenommen. Und das ist ja wirklich das Fatale vom Wetter her. Wir erwarten zwar auch wieder Rekordhitze in den nächsten Tagen, aber die Hitze, die ist, was Waldbrände anbelangt, nicht der entscheidende Punkt. Da geht es um Trockenheit und um Wind. Und Wind, der Glutnester wieder neu entfachen kann und gegebenenfalls auch Funken weiterträgt und so. Waldbrände teils rasend schnell sich verbreiten können. Und das ist der kritische Punkt. Und weil dieser Wind nach wie vor vorherrscht, sieht es auch für die nächsten Tage nicht besonders rosig aus. Danke. Andreas Herz in Athen. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020